Schon ein Blick in die Auslage der Altstadtbäckerei Finkenauer macht Lust auf frisch Gebackenes. Der Familienbetrieb besteht bereits seit über 150 Jahren und ist seit mehr als 40 Jahren in Ingelheim angesiedelt. Er nutzt altbewährte Backrezepturen für die täglich frischen Erzeugnisse und überzeugt mit einer Vielfalt sowie Qualität, die ihresgleichen sucht. Die herrlichen Brote aus ursprünglichem Natursauerteig sind zum Teil mit Gewürzen angereichert. Eine Wucht. Heißbegiert ist auch das köstliche Knäckebrot, das in vielen Geschmacksrichtungen erhältlich ist. Genauso beliebt sind die leckeren Vollkornbrote. Für Naschkatzen gibt es Kuchen und Schnittchen sowie delikate Torten für verschiedene Anlässe. An der Verkaufstheke können Sie sich vom freundlichen Personal beraten lassen und die Produkte im integrierten Bistro direkt vor Ort genießen. Altstadtbäckerei Finkenauer. Handgemacht, naturbelassen und mit Liebe gebacken. Altstadtbäckerei Finkenauer. Handgemacht, naturbelassen und mit Liebe gebacken.